Hey Handballinspiratorin und Inspirator, ich bin Martin und zusammen mit dir auf Handball Weltreise. Wir schauen Magnus Sieglev und der U19 von Scann Handball über die Schultern. Magnus zeigt uns einen Warm-up-Flow, welcher die MAPS-Anforderungen des DABs gut abdeckt. Dabei wird nach einem kurzen Durchbewegen und Aktivieren der Fokus mehr auf die Par- und Fangübungen gelegt. Dabei werden handballspezifische Bewegungen wie das Abwehrspiel oder die Landung nach einem Sprungwurf mit in die Erwärmung aufgenommen und der Körper optimal fürs Training vorbereitet. Abonniere Handball Inspires und komm mit auf Handball Weltreise. Abonniere Handball. Ja. Wir starten hier und schreiten nach oben. Hände nach oben. Gut, Lasse. Ja, Lasse, du hast es richtig, damit wir uns zusammen mit den knä. Wir sind auf der Seite, wir sind auf der Seite. Wir sind auf der Seite, wir sind auf der Seite. Wir sind auf der Seite, wir sind auf der Seite. Wir sind auf der Seite. Wir sind auf der Seite, wenn wir die Kinder. Wir sind auf der Seite. Wir sind auf der Seite, wir sind auf der Seite. Weiter geht's zu den Co Eveten. Hurl, Feuer wie gleich. Es geht darum an 2008 und ich verfolgt. Ja, ich bin wieder auf. 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 Beide. Arbeit mit den ersten Klappen. Hände. Ja, das erste 3. Kör. Das erste 3. Du kannst es nicht. Du hast nie gesehen, ich konnte es nicht. Komm, Nax. Büch. Die Nase. Arbohlen ist dann das basic. Kann man nicht mehr kontrollieren also. Trotz körperlich. Auf. Das ist los. Ja genau. Warnung! Ja, ja. Ja, ja. Horvog, Horvog. Horvog, ich bin bei mir und ich bin. Ich bin ein Freund mit Horvog, aber ich bin mir. Das sind wir ganz schnell, wenn wir ganz schnell gehen. Ganz schnell. Wir sind gut. Ja, gut. Ja. Ja, gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Komm alle! Steu mal! Du kommst hier! Allianz! Sieb! Halt nicht alle! Na gut! Komm mal! Komm mal! Ich habe einen Trillebörn. Ich werde ihn nach unten. 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 Ja, gut. Ja, gut. 10 Stück für jeden Person. Bagefter baglands. Og baglands, som jeg mener er rående gulv. Det er godt arbejde. Prøv at snide ham. Ja, så må man kigge opad. Det præcis. Sådan er han. Ja, skal man gøre, hvor man kigger opad. Godt, dreng. Godt arbejde. Op med ræven. Ikke din ræven. Kom så, op med ræven. Det kan jeg ikke lide. Det kan jeg ikke lide. Det kan jeg lide. Det kan jeg lide. Der er bare på to ben. Samlet og afsæt. Lande ham på et ben. Jeg giver ham en lille skub. Fem stryk til ledben. Fem til andre ben. Vi får lige vist. Forbenøgnen. Ja, finder balance. Et bens ladding. Kom på lide. Vører ham. Som styrker jeg, men giver ham. Jeg vet ikke hvor det kommer. Det kan jeg. Der ist fertig sein Planen. Hallo. Ue, wir sind drauf. Lass, wir sind oben! Kommen, hier! Lass, wir haben hier oben! Komm, wir sind oben oben! Ja, komm! Schleimel, Jensen und Kjern! ein Körg ist auf. 0,4 0,75 0,75 0,75 0,85 0,75 0,85 1,49 Jetzt geht es weiter, um die nächsten Körner wieder. Okay? Wir müssen die Körner wieder. Hab ich mit? Du bist in der Körner, du bist in der Körner! Ja, du bist klar, komm! Komm, komm! Komm, komm, komm! Komm, 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 komm! Komm, komm! Geben,uper up! Geben,eremos fünf Sieg. Ja, mein Kinder spender zur lol, gut gut aus! Geben, nós vergü 뭔 Sieg. Komm doch! Komm doch! Komm doch! Verstehen Sie! Ja, ich arbeite mit der Baglinie. Es ist ein Teil. Halben, wir können an. Ja, BASA 2-2. Aufwand. Ja, wir können an. Wir können an. Ja. So, wir können an. Da kommt hin! Ja, da gibt es einen Kasse. Ja, Sie haben sich aufhört! Ja, wir können an. Bis zum nächsten Mal.